So, wir sind hier wieder live von der Seegren am Rosenweiher. OOLE! Und es geht wieder los, Freunde. Guckt euch das an. Das ist der Rosenweiher. Das ist live. So geht das! Wir sind hier am Ost-, West- und Südufer. Herrlich! Oh, guckt euch das an. Was hat die Forelle für Wumms? Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Premium-Qualität! OOLE! Petri Heil! Nee! Sie hat wieder rausgehoben. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die hüpft da wieder raus. Sie hüpft da wieder raus! Irre. Augenblick. Petri Heil! Das ist Spirodino-Nas live in Aktion. Eine schöner wie die andere. Einen schöner wie die andere. Bis zum nächsten Mal.